Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oder die Mindfulness, ist aus den USA längst in die Schweiz gelangt. Auch am diesjährigen WEF in Davos wurde täglich meditiert, und zwar unter der Leitung von John Kabat-Zinn, der die Achtsamkeitspraxis im Westen berühmt gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, John Kabat-Zinn. Danke, ich freue mich, hier zu sein, Barbara. Sie kommen direkt vom Flughafen. Haben Sie heute schon meditiert? Das ist eine etwas ungewöhnliche Frage. Weil, wenn Sie sich wirklich auf die Anwendung von Meditation einlassen, merken Sie sehr schnell, dass es nicht einfach darum geht, sich zeitfrei zu schaufeln, um klassisch zu meditieren. Vielmehr geht es um Ihr Verhältnis zur Entfaltung Ihres Lebens. Dadurch wird mit der Zeit das Leben selber zur Meditation. Meditation ist nicht einfach in Schneidersitzpose dasitzen, wie eine Statue im britischen Museum. Machen Sie das überhaupt nicht mehr? Doch, natürlich mache ich das. Aber für mich ist diese Art Meditation nicht echter, als im Flugzeug zu sitzen und mir bewusst zu sein, dass ich ins Studio fahre, für dieses Interview mit Ihnen usw. Sogar dieses Interview ist für mich eine Form von Meditation. Da bin ich gespannt, wie das Gespräch verlaufen wird. Wenn man sich fragt, was Achtsamkeit eigentlich ist, Mindfulness, dann ist es interessant, dass Sie in Ihrem Buch eine Geschichte erzählen, die gleichzeitig in einem Cartoon wiedergegeben wird von Garen Wilson. Sie beschreiben nämlich eigentlich diesen Cartoon hier. Wir sehen hier zwei Mönche und der alte Mönch sagt zum jungen Mönch, nichts passiert als nächstes. Das ist es. Ist es das wirklich schon? Nicht das ist es, sondern dies ist es. Mit anderen Worten, dieser Moment, was auch immer sich entfaltet, ist die Aktualität des gelebten Lebens, die eigene Erfahrung, wie sich das Leben entfaltet. Die Frage ist also, sind Sie bereit dafür oder erwarten Sie ein besonderes Erlebnis? Eine meditative Erfahrung, ohne zu merken, dass eben genau dieser Moment unglaublich speziell ist. Die blosse Tatsache, dass ich meinen Mund und meine Zunge bewegen kann und Sie verstehen, was ich sage. Meine Augen funktionieren, meine Ohren funktionieren, Ihre Augen und Ihre Ohren funktionieren. Das ist doch ein Wunder. Und wir übersehen es gerne. Achtsamkeit besagt im Wesentlichen, dass jeder einzelne Moment unglaublich einmalig ist. Keiner ist besser als der andere. Es geht vielmehr um die Frage, wie wir mit den erfreulichen und den unerfreulichen Momenten umgehen und den anderen, die gerne übersehen werden. Und sehr oft sind wir nicht im Moment, sondern in der Zukunft. Ja, es gibt zwei Orte, um abzutauchen, wenn Sie so wollen. Die Vergangenheit in der Erinnerung. All die Gedanken an die Vergangenheit, warum etwas so gewesen ist und nicht anders. Und meist auch, wer daran schuld ist. Und dann die Zukunft, um die man sich sorgt und für die man plant. Das ist vollkommen in Ordnung. So arbeitet unser Gehirn. Ohne Vorstellungsvermögen für die Zukunft wären wir nicht menschlich. Und wenn wir uns nicht an die Vergangenheit erinnern könnten, würden wir nicht funktionieren. Aber wenn Sie von Vergangenheit und Zukunft komplett absorbiert sind, dann wird die Gegenwart, der einzige Moment, den wir live erleben, ziemlich eng. Das hat Auswirkungen auf unsere Lebensqualität, die Gesundheit und so weiter. Und diese Arbeit, daran im Moment zu sein, diese Mindfulness-Bewegung, das ist ein enormer Boom im Moment. Wenn man bei Amazon das Stichwort Mindfulness eintippt, dann erhält man über 40'000 Treffer. Es gibt Bücher, es gibt Kurse, es gibt CDs, DVDs. Und sehr viel davon bezieht sich auf Ihre Arbeit. Wann haben Sie, John Cavazin, realisiert, welchen Riesentrend Sie da losgetreten haben? Als erstes möchte ich festhalten, dass es viele verschiedene Strömungen und Leute gibt, die zum Blühen der Achtsamkeitsbewegung in der breiten Öffentlichkeit beitragen. Nicht nur ich. Aber dass es geschieht, war schon vor vielen Jahren meine Absicht, als ich die Mindfulness-Based Stress Reduction Clinic am Medical Center der Universität von Massachusetts gründete. Die Hoffnung war, Meditation und im Speziellen achtsame Meditation als allgemeine Behandlungsmethode zu etablieren. Für Amerikaner, die unter Stress, unter chronischen Krankheiten usw. leiden. Und dass dies sich dann wie einen Flächenbrand ausbreiten könnte. Es gibt so viel Leiden auf der Welt. Und immer suchen wir nach Lösungen ausserhalb von uns selber, damit alles besser wird oder wir alles loswerden. Achtsamkeit hingegen ist ein Weg, sich mit der eigenen Erfahrung anzufreunden. Mit dem Guten, dem Schlechten und dem Hässlichen und klug damit umzugehen. Sodass man in einem gewissen Sinn das Auf und Ab eines Lebens steuern kann. Mit vollem Bewusstsein und mit einem gewissen Mass an Gelassenheit und Mitgefühl für sich selber. Wenn ich mir Ihren Weg vorstelle, ist es ja erst mal interessant, Sie haben Molekularbiologie studiert am MIT. Und dann wurden Sie während des Studiums irgendwie, sagen wir mal, infiziert vom Interesse an Meditation. Wie kam es dazu? Ich besuchte 1965 eine Vorlesung von einem gewissen Philipp Kaplow, der Reporter bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gewesen war. Danach ging er in ein Kloster in Hokkaido, Japan. Eiskalt, im Winter, um dort Zen-Meditation zu lernen. Er sagte unter anderem, dass das sein Leben vollkommen verändert habe. Er habe an Geschwüren und anderen stressbedingten Problemen gelitten. Und nach sechs Monaten Meditation in einem eiskalten Kloster seien diese Probleme alle weg gewesen. Ich war damals 21, 22 jährig. Als ich ihn hörte, wurde mir bewusst, dass ich mein Leben lang genau das gesucht hatte. Nämlich mein wissenschaftliches Verständnis von Körper, Biologie und Gesundheit zu verbinden mit einer Art künstlerischem Verständnis für die Schönheit des Lebens und seinen vielen unterschiedlichen Ausdrucksformen. Von da an begann ich zu meditieren, 1965. Und es war so bedeutsam für mich, dass ich nie mehr aufgehört habe. Und dann haben Sie 1979 eben diese Klinik gegründet. Sie haben dieses Mindfulness-Based Stress Reduction Programm gegründet, MBSR, das auch in der Schweiz eben Fuss gefasst hat. Man kann Kurse dazu besuchen. Ich stelle mir vor, dass das ein langer Weg war und wahrscheinlich auch viele Widerstände. Ich nehme nicht an, dass alle Ärzte sie mit offenen Armen empfangen haben und gesagt haben, super Idee, machen wir jetzt. Es hat wahrscheinlich sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht ihrerseits. Eigentlich gab es keine grossen Hindernisse oder Herausforderungen. Ich glaube, Ärzte wissen irgendwie, dass sie ihren Patienten nur bis zu einem gewissen Punkt helfen können. Und dass es viel besser wäre, wenn die Leute bei der Behandlung zum Erreichen einer besseren Gesundheit und eines besseren Wohlbefindens mitwirken würden. Es gibt viele gute und wirksame Möglichkeiten, wie man seine Biologie, seine Physiologie selber beeinflussen kann. Und da ich meine Ausbildung zum Molekularbiologen im Labor eines Nobelpreisträgers am MIT absolviert hatte, ging man davon aus, dass ich wisse, was ich tue. So liess man mich machen. Und dann sind die Patienten zu den Ärzten zurückgegangen und haben Dinge gesagt wie, dieses achtwöchige MBSR-Programm hat mir in acht Wochen mehr geholfen, als sie in acht Jahren für meine Gesundheit erreicht haben. Die Ärzte realisierten, dass es wirklich wertvoll ist, im Rahmen der medizinischen Versorgung ein Angebot zu haben, das die Leute befähigt, sich ein Leben lang selber an ihrer Gesundheit und an ihrem Wohlbefinden zu beteiligen. Sie engagieren sich ja auch weiterhin im Mind and Life Institute, dem auch Dalai Lama im Vorstand angehört. Und in diesem Institut geht es ja auch darum, eigentlich diesen Zusammenhang zwischen Buddhismus, Meditation und der modernen Wissenschaft herzustellen. Es gab verschiedene Studien, in denen man beispielsweise den Mönch, den buddhistischen Mönch Mathieu Ricca verkabelt hat. Man hat ihn in einen Kernspintomografen gelegt. Wir sehen ihn hier im Bild, wie er sich da in den Tomografen reinlegt. Und er, also man hat sein Hirn untersucht und man hat dann gesehen, dass sich tatsächlich das Hirn während der Meditation anders verhält. Sie haben es schon gesagt, Sie sind Molekularbiologe, Naturwissenschaftler. Ist es für Sie wichtig, dass man sozusagen physikalisch, dass man das irgendwie naturwissenschaftlich erklären kann, dass es sich zeigt auch wirklich im Hirn? Ich glaube, das weckt tatsächlich das Interesse der breiten Öffentlichkeit an der Achtsamkeit und an der Meditation ganz allgemein. Es gibt laufend immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen und sie werden immer überzeugender. Was Sie hier sehen mit dem meditierenden Mathieu ist ein Beleg für die Neuroplastizität. Mit anderen Worten, das Gehirn ist ein äusserst plastisches Organ, das durch Erlebnisse geformt wird. Nicht nur seine Aktivität wird beeinflusst, sondern es verändert auch seine Struktur als Folge von repetitiven Handlungen. Meditation ist eine sehr repetitive Tätigkeit. Und manche Leute mögen zuerst denken, dass es langweilig ist, weil man ständig das Gleiche wiederholt. Aber nach einer Weile realisiert man, dass nichts interessanter ist als der aktuelle Moment. Sobald die Wissenschaft anfing, sich damit zu befassen, ich begann damit 1979, wurde es sehr schwierig zu behaupten, dass Meditation nichts bringe. Nun hatten wir nicht mehr bloß die anekdotischen Nachweise von zahlreichen Patienten mit vielen unterschiedlichen chronischen Diagnosen, sondern auch die wissenschaftlichen, objektiveren Resultate. Die zeigten, dass Meditation die Physiologie sowie die Architektur und Struktur ihres Gehirns wirklich verändert. Heute wissen wir auch, dank der Wissenschaft, die Epigenetik heisst, dass Meditation die Genexpression in den Chromosomen verändert und Hunderte, wenn nicht Tausende verschiedene Gene steuert, die verantwortlich sind für Krebs, für Entzündungsreaktionen usw. Das klingt ja erst mal ein bisschen mysteriös. Können Sie das als Naturwissenschaftler erklären, wie sich epigenetische Veränderungen ergeben können durch Meditation? Niemand weiss, wie Meditation diese bewirkt. Aber es ist nicht die Meditation allein. Ich bin sicher, dass viele verschiedene Faktoren mitspielen, wie Ernährung, wie viel sie schlafen oder wie tief ihre Beziehungen zu anderen Menschen sind. Wir wissen, dass die Biologie der Gattung Mensch sehr komplex und sehr vernetzt ist. Wenn Sie z.B. Ruhe und Gelassenheit pflegen, hat das Auswirkungen darauf, welche Gene in Ihren Chromosomen exprimiert werden. Wir verstehen den Mechanismus dafür nicht genau. Aber wir wissen bereits genug, um zu erkennen, dass dies wichtig ist und man viel mehr forschen müsste. Ich machte in den späten 90er-Jahren eine Studie, die zeigte, dass wenn man Leute mit Psoriasis, die Hautkrankheit, bei der man sieht, was mit der Haut passiert, wenn man die Leute in eine UV-Lichtbox setzt, verbessert sich ihr Zustand. Man nennt das Fototherapie. Wenn Sie aber in der Lichtbox meditieren, erfolgt die Heilung viermal so schnell. Ihre Haut verbessert sich viermal schneller als bei jenen, die bloß eine Lichttherapie erhalten. Irgendwie kann also der Geist den Körper auf der Ebene der Genexpression beeinflussen. Darum geht es in der Epigenetik. Zellteilung, solche Dinge. Dann gibt es auch die interessanten Daten über das Altern. An den Enden von jedem unserer Chromosomen sind diese Strukturen die repetitiven DNA-Sequenzen, die sogenannten Telomere. Und die Telomere scheinen länger zu werden, wenn man meditiert. Steht man unter Stress, werden sie kürzer und kürzer. Und wenn man die Telomere verliert, hören die Zellen auf, sich zu teilen, was eine Art biologisches Zeichen von Altern ist. Sie haben vorhin gesagt, als Sie angefangen haben, wussten Sie schon, dass es den Leuten besser geht, dass viele von Erfolgen berichtet haben, bezüglich ihrer Heilung, aber auch einfach von mehr Wohlergehen. Jetzt zeigt die Wissenschaft mehr und mehr auch in anderen Bereichen irgendwelche Resultate. Macht Sie das auch stolz? Ich bin glücklich. Ich würde nicht sagen, dass ich stolz darauf bin. Ich sehe es nicht als eine Art individuelles Verdienst. Worüber ich sehr froh bin, es gibt so viel Leid auf der Welt. Viel davon entsteht durch unser eigenes Bewusstsein, unseren Lebensstil, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir nun mehr und mehr überzeugende Nachweise dafür entwickeln, dass wir für uns selber und für die Gesellschaft, in der wir leben, Verantwortung übernehmen können und so Leid und Schaden minimieren und Wohlbefinden und Gesundheit verbessern, Weisheit und Mitgefühl, dann wird es irgendwie zwingend, dass wir uns vermehrt in diese Richtung bewegen. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo die Beweise deutlich, vielleicht sogar erdrückend sind. Es geht um eine Fähigkeit, die zu uns als Menschen gehört. Würden wir sie kultivieren, könnten wir vielleicht zum ersten Mal verkörpern, was es bedeutet, dass wir uns Homo sapiens sapiens nennen. Wörtlich, die Art, die weiss, dass sie weiss, dass sie weiss. Die Art, die ein Bewusstsein hat und die weiss, dass sie ein Bewusstsein hat. Das ist tiefgreifend. Wir nennen uns seit über 100 Jahren so. Aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich das Potenzial, das auch zu verinnerlichen und in dieser Epoche eine Art neuer Renaissance hervorzubringen, die all den Schaden und den Terror wirklich vermindern könnte, die in verschiedenen Ländern und Gesellschaften andauert und enormes Leiden und Wahnsinn hervorbringt. Wenn wir uns darüber unterhalten, worin dieser Weg besteht, der Achtsamkeit, dann ist Ihr Programm, das Sie entwickelt haben, hat ja eigentlich wie drei Elemente. Es gibt den Bodyscan, in dem man den Körper achtsam beobachtet. Es gibt unterschiedliche, einfache Yoga-Übungen und die Meditation. Und in all dem, was man tut, ist ganz wesentlich nicht zu urteilen. Und interessant ist ja, wenn man mich darauf einlässt, ich habe selber auch so einen Kurs gemacht, um das für mich selber auszuprobieren, ist, dass man beispielsweise sich sagen soll, nicht, ich bin traurig, sondern da ist Trauer, oder nicht, mein Fuss ist kalt, sondern da ist Kälte in meinem Fuss. Und ein bisschen fühlt sich das so an, als würde man sich dauernd von sich selber distanzieren. Und manchmal habe ich mich gefragt, ist das wirklich gesund? So wie Sie es darstellen, ist es überhaupt nicht gesund. Aber es geht nicht um Entkoppelung, sondern um Nicht-Bindung. Ich weiss nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber es gibt einen grossen Unterschied zwischen Entkoppelung, die zur Trennung führt, und Nicht-Bindung, was Klarsicht bedeutet und dass Sie Ihre ganzen Erfahrungen zur Verfügung haben und Ihr Verhältnis zur Erfahrung, nach innen wie nach aussen. Es geht also nicht um Trennung. In gewissem Sinn ist es eine riesige Umarmung der Gegenwart von Dingen. Bodyscan ist eine Tür zu meditativen Erfahrungen. Achtsamkeitsyoga ist eine weitere Tür, wie auch Sitzmeditation, Gehmeditation oder Meditation beim Essen. Man könnte sagen, als erste Annäherung, dass es verschiedene Türen gibt, die in den gleichen Raum führen. Es sind alles Formen der Achtsamkeit und der klassischen Meditation. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, die wirklich zentrale Form von Meditation ist die Art, wie Sie Ihr Leben von Moment zu Moment leben. Sogar wenn wir miteinander sprechen. Sie schauen mich an, ich schaue Sie an. Man nimmt das irgendwie wahr. Natürlich überlegen Sie sich gerade die nächste Frage, hören mir aber auch zu, was ich jetzt sage. Wenn wir uns in diesem Bewusstsein befinden, das ist Achtsamkeit. Wenn Sie nicht achtsam sind, verlieren Sie den Faden. Und wir könnten auch aneinander vorbeireden, nicht aufeinander hören, nicht richtig aufeinander reagieren. Ich habe mich fast schon ertappt und muss mir überlegen, wie ich jetzt weitermache. Nein, was interessant ist, ist bei diesem Bodyscan, also dieser Übung, in der man sich hinlegt und versucht, den Fuss ganz bewusst zu stüren, das Knie und den ganzen Körper. Da ist es mir zum Beispiel immer passiert, dass ich eingeschlafen bin. Und dann dachte ich zuerst, das ist doch wunderbar. Ich bin keine besonders gute Schläferin. Dann dachte ich, das ist doch prima, wenn ich schon mal schlafen kann, kann ich mich entspannen. Aber darin besteht nicht das Ziel dieser Meditation. Man soll wach bleiben. Viele Leute, die zur MBSR-Therapie in die Stressabbau-Klinik kommen, haben Schlafstörungen. Das ist das Erste, was passiert, wenn sie Stress oder emotionale Schmerzen haben, chronische körperliche Schmerzen, was immer. Meist mache ich deshalb mit den Patienten in der Klinik einen Deal. Ich sage, es ist in Ordnung, wenn ihr die Bodyscan-geführte Meditation abends fürs Einschlafen nutzt, solange ihr sie zu anderen Zeitpunkten tagsüber anwendet, um wach zu werden. Die wirkliche Herausforderung ist, zu lernen, wie wir erwachen können, nicht bloß einzuschlafen. Aber sie haben recht, wir haben alle grossen Schlafmangel, deshalb ist es wichtig, eine Art tiefe Entspannung zu entwickeln. Die beste Entspannung ist, wenn sie in einen Wachzustand eintauchen, ohne Agenda. Sie erwähnten zuvor, das Nicht-Bewerten. Jeder, der das versucht, wird bald entdecken, dass es praktisch unmöglich ist, nicht zu bewerten. Wir haben zu allem eine Idee oder eine Meinung. Wir mögen dies, haben das nicht gern. Nicht-Bewerten heisst nicht, dass sie keine Meinung haben, sondern dass sie sich bewusst sind, wie wertend sie in der Regel sind, und das dann nicht zu werten. Sie versuchen also, die Gewohnheit des Wertens zu suspendieren, des Mögens und Nicht-Mögens, und eine Art Freiraum der Gelassenheit zu schaffen, ein emotionales Gleichgewicht, Klarheit und so weiter. Aber sie versuchen nicht, dieses Gefühl hervorzubringen. Sie entdecken, dass diese Qualität des Seins ein Teil von ihnen ist. Alles, was sie tun müssen, ist gewissermassen, all die Verbindungen zu Kappen, die uns in unserem Denken und in unseren emotionalen Reaktionen gefangen halten. Das ist nicht Entkoppelung, sondern es ist nicht Bindung. Wir werden einfach nicht so schnell davon erwischt. Und wenn, dann bemerken wir es und bringen uns selber zurück, das wird so Gewohnheit. Es ist wie Gewicht heben. Ihr Geist geht los, Sie bringen ihn zurück, ihr geht, Sie bringen ihn zurück. Das Gewicht hilft Ihnen, den Muskel zu vergrössern. Aber wenn Sie über Achtsamkeit als eine Art Muskel sprechen, sodass der Geist geht, Sie bringen ihn zurück, ihr geht los, Sie bringen ihn zurück, wird es an einem Punkt wirklich spannend. Sie wollen ihn nicht zurückholen, trotzdem tun sie es. Das ist, wenn ihr Muskel anfängt zu arbeiten, trotz dem vorhandenen Widerstand. Sie haben vorhin erwähnt, viele in einer Stressbehandlungsklinik machen jetzt diese Mindfulness-Praxis oder man hat vielleicht chronische Schmerzen oder Schlafprobleme und versucht, solche Technik zu implementieren im eigenen Leben, damit es einem besser geht. Ihnen geht es ja schon gut. Was ist für Sie das Ziel, des achtsamen Lebens? Oder würden Sie sagen, ich kann einfach gar nicht mehr anders leben? Wenn Sie einmal davon gekostet haben, die Frage ist, wollen Sie schlafwandeln, durchs Leben gehen oder es wach wahrnehmen? Wollen Sie für Ihre Kinder präsent sein oder einfach an sie denken, als wären sie Einfälle Ihrer Fantasie, statt dass sie wirklich für sie da sind? Oder für Ihre Enkel, für die Natur oder für was auch immer? Wir können vom Automatismus unseres Lebens derart eingeholt werden, dass wir, wie Sie vorher gesagt haben, wir gehen durch die Gegenwart und hoffen, später einmal bessere Momente zu erleben. Wenn Sie das ein Leben lang tun, könnten Sie das Wichtigste in Ihrem Leben verpassen. Wer will das? Ich habe gesehen, Sie haben dort ein Buch von Thoreau, Walden. Thoreau ist in den USA berühmt für sein Zitat. Darf ich ihn zitieren? Ja, natürlich. Vermutlich wissen Ihre Zuschauer, dass Thoreau in den 1830er Jahren in Concord, Massachusetts lebte. Fast zwei Jahre lang verbrachte er an einem See, dem Walden Pond, und lebte dort so einfach wie möglich. Er sagte dazu, ich ging in den Wald, denn ich wollte bewusst leben und nur den wesentlichsten Dingen des Lebens gegenüberstehen. Ich wollte herausfinden, ob Sie mich nicht etwas lehren könnten, um später, im Anblick des Todes, nicht erkennen zu müssen, dass ich gar nicht gelebt hatte. Es ist sehr einfach, das Leben zu verpassen, weil wir dermassen in unseren Köpfen gefangen sind. Auf Englisch gibt es einen Ausdruck, in Gedanken verloren. Wir verlieren uns derart in Gedanken, dass wir wirklich verloren sind. Und wenn Sie das über Tage, Wochen, Jahre tun, besteht die Gefahr, dass Sie die wichtigsten Seiten Ihres Lebens verpassen. Ich habe das Buch mitgenommen, weil Sie es ja ganz oft zitieren, in Ihrem Buch Im Alltag Ruhe finden, spielt das eine grosse Rolle und ist ja heute ein bisschen dieses Buch, in der Schweiz zumindest, die Bibel der Aussteiger. Sehr viele Menschen, die sich vielleicht auch gegen die gegenwärtige Zivilisation sträuben, die sich etwas anderes wünschen, lesen dieses Buch. Ein sehr berührendes Buch. Ich habe mich gefragt, dieser Thoreau, der kannte ja die Mindfulness-Bewegung nicht, der kannte diese Art der Meditation nicht, sondern er hat sich vor allem hingegeben der Natur, dem Wechsel der Jahreszeiten, dem Leben mit dem Wasser. Er ist auch immer früh aufgestanden, wie Sie es auch empfehlen in Ihrem Buch, aber er hat nicht diesen Weg beschritten, den Sie beschreiten. Dennoch hat er ähnliche Erfahrungen gemacht. Deswegen meine Frage, gibt es unterschiedliche Wege, an dieses Ziel zu gelangen? Es gibt viele verschiedene Wege, genau wie auf den Mount Everest. Es gibt verschiedene Routen, um auf den Mount Everest zu gelangen. Manche sind schwieriger als andere, aber ja, man könnte sagen, es gibt unendlich viele Wege, um einen bestimmten Punkt zu erreichen. Was Thoreau anbelangt, Sie sagten, er spreche nicht über Achtsamkeit. Das ganze Walden ist aber, würde ich sagen, eine einzige Schwärmerei über Achtsamkeit. Er verstand den Moment, die Gegenwart, und er verstand die Natur gewissermassen als Lehrerin. Er sagt, er sei den ganzen Tag unter der Tür gesessen und habe nichts getan, sodass jeder, der ihn sah, dachte, was für ein fauler Hund, er tut nichts, sitzt bloß dort. Aber er schaute, wie sich die Sonne am Himmel bewegte, wie der Schatten wanderte, er hörte den Gesang der Vögel zu, er war in Verbindung mit allem. Manchmal stand er bis zur Nase im Teich und beobachtete die Insekten auf der Wasseroberfläche. Er praktizierte Achtsamkeit, ohne den Ausdruck zu benutzen. Die Antwort auf Ihre Frage ist also, ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Achtsamkeit gekonnt zu pflegen. Aber es hilft einige Anleitungen zu haben, denn es gibt noch mehr Möglichkeiten, es ungeschickt zu tun und ihren Sinn falsch zu verstehen. Es gibt ja zum Beispiel viele Manager, die beginnen irgendwann zu joggen, wie verrückt, um den Marathon zu rennen. Und die würden sagen, das ist meine Art der Mindfulness, ich gehe täglich joggen und finde da ganz gut. Rennen ist eine wunderbare Meditation. Aber würden Sie sagen, das ist sozusagen gleich gut, Mindfulness praktizieren, wie Sie es vorschlagen, oder täglich joggen gehen? Nun, wenn diese Leute nicht sitzend meditieren wollen, weil es sie langweilt oder sie es nicht mögen und sie ihren Körper bewegen wollen, der Geist hat kein Problem damit, dass der Körper rennt. Die Frage ist, was ist Ihre Haltung gegenüber dem, was Sie erleben? Darum geht es bei der Achtsamkeit, um die Beziehung zur Welt. Es geht um Ihr Verhältnis zu dem, was Sie erleben. Gemüseschneiden fürs Abendessen kann eine achtsame Erfahrung sein oder Geschirr abwaschen. Ein Marathonrennen ist bestimmt eine achtsame Erfahrung, früher oder später. Liebemachen ist eine achtsame Erfahrung. Ihren Kindern Gute Nacht sagen, Sie am Morgen aufwecken. Es hängt einzig davon ab, wie gross Ihre Bereitschaft ist, präsent zu sein, ohne ein Programm. Oder wie präsent Sie sind, mit einem Programm, aber erkennen, was für ein strenges Programm Sie haben und darin nicht gefangen sein. Die Quellen der Mindfulness sind ja ein Stück weit auch der Buddhismus. Sie haben selber auch gesagt, dass Sie in verschiedenen Klöstern waren und auch da Meditation gelernt haben. Selber bezeichnen Sie sich aber nicht als Buddhist. Haben Sie selber überhaupt keinen Bezug zur Religiosität? Es stimmt, ich bezeichne mich nicht als Buddhist. Ich verstehe mich selber als glühenden Studenten der buddhistischen Meditation, weil die beste Beschreibung von Achtsamkeit aus der buddhistischen Tradition stammt. Achtsamkeit wird oft als das Herz der buddhistischen Meditation bezeichnet. Dazu müssen Sie wissen, dass das Wort für Herz in allen asiatischen Sprachen das gleiche ist wie jenes für Geist. Wenn Sie also das englische Mindfulness nicht gleichzeitig als Herzlichkeit auffassen, verstehen Sie nicht wirklich, worum es geht. Das deutsche Achtsamkeit übrigens hat diese Bedeutung überhaupt nicht. Es gibt also Übersetzungsprobleme, damit man es auch wirklich versteht. Hingegen glaube ich nicht, dass es irgendein Problem gibt in Bezug auf klassische religiöse Zugehörigkeiten. Jede traditionelle Religion beinhaltet auf die eine oder andere Art Achtsamkeit. Sie haben nur unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Es geht nicht darum, wie man Achtsamkeit in Bezug auf Religion definiert, sondern wie sehr sie selber mit den grundlegenden Lehren ihres Glaubens in Übereinstimmung sind. Manche Leute glauben an eine höhere Macht, andere an die Natur, an die Schönheit, das Universum oder wie immer sie es nennen. Menschen sind aber sehr interessante Kreaturen. Wir sind so klein in einem so grossen Universum. Wir sind so empfindungsfähig. Wir haben ein Bewusstsein. Dann gibt es dieses gigantische Geheimnis und die Frage nach dem Sinn. Was ist der Sinn des Ganzen? Wir leben während ein paar kurzen Augenblicken, die wir Lebensdauer nennen. Wie stellen wir uns dazu? Sie können eine tiefsakrale Erfahrung mit dem Heiligen erleben, auf einem Weg, der von aussen säkular erscheint. Das bietet tiefen Sinn, egal wie sie zur Religion stehen. Das Wort Religion stammt vom lateinischen religio, was zusammenbinden bedeutet. Das heisst gewissermassen, die Punkte miteinander verbinden, die uns erlauben, unsere Kleinheit und unsere ungeheure Grösse zu verstehen. Unsere Beziehung zum gesamten Universum und die Beziehung zu unserem Daheim, zu unserem Heimatplaneten, zu unseren Kindern, Eltern und so weiter. Es bietet tiefen Sinn, ohne zwingend verbunden zu sein mit einem Katechismus, mit Philosophie oder einem Glauben, den sie benennen müssen. Ich finde interessant, dass ganz viel von dem, was Sie sagen, mich eigentlich erinnert an die Lehre der Stoa, der Philosophenschule in der Antike. Denken wir an Seneca, Marc Aurel, Epiktet, die ähnliche Dinge eigentlich gesagt haben, wie beispielsweise diese Seelenruhe, sich nicht binden, nicht urteilen, möglichst ausgeglichen leben, aber auch dieses Gefühl von einem Teilsein eines grossen Ganzes, eines Kosmos. Trotzdem hatte ich den Eindruck, in dieser ganzen Literatur, die ich gelesen habe, es wird eigentlich nie auf die Stoa Bezug genommen, sondern stets auf den Buddhismus. Spielt das tatsächlich überhaupt keine Rolle in der ganzen Diskussion? Wissen Sie, da komme ich in Schwierigkeiten. Da ich kein Philosoph bin, sind mir die Stoiker nicht wirklich geläufig. Im Englischen meint Stoizismus all das, was Sie erwähnt haben, aber es beinhaltet auch eine Art von Strenge, von Zurückhaltung. Ich ertrage Schmerz, ich ertrage, was ich nicht mag. Das hat mit Achtsamkeit nichts zu tun. Ich kann also Ihre Frage nicht beantworten, inwiefern die Wurzeln der Achtsamkeit in der stoischen Tradition liegen könnten. Aber ich sage das, es gibt Leute, die sagen, dass die Griechen, genauer Alexander der Grosse, nach Indien gelangen, bis zum Indusfluss. Sie kamen mit dem frühen Buddhismus in Berührung, der bereits seit 200 Jahren bekannt war. Folglich ist es möglich, dass Spuren davon die westliche Welt viel früher erreicht haben als allgemein angenommen. Und letztlich glaube ich, wenn Sie sogar zurückgehen zu den Sammlern und Jägern, als wir in prähistorischer Zeit alle sammelten und jagten, aus Sicht der Evolution wäre Achtsamkeit eine hochselektive Eigenschaft. Wenn Sie sich nämlich im Wald zu unachtsam verhalten, werden Sie gefressen, vielleicht bevor Sie Kinder haben. Wenn wir noch einmal zurückgehen zu diesem Boom, zu diesem enormen Erfolg dieser Bewegung, dann gibt es ja doch auch kritische Stimmen. Es gibt Leute, die diskutieren unter dem Titel MacMindfulness, diese ganze Kritik, und sagen, der Grund, warum so viele Leute Zuflucht suchen in solchen Kursen, ist unsere endlos gestresste Gesellschaft und ist auch eine Form von, ich weiss nicht, kapitalisiertem Wirtschaftssystem, das die Leute unter Druck setzt. Die müssen immer mehr arbeiten, haben vielleicht immer weniger Rechte. Es ist die ganze Stressgesellschaft, die müde wird. und eigentlich müssten wir doch ansetzen bei einer Veränderung der Gesellschaft und nicht bei einer Anpassung von uns selber. Wie reagieren Sie auf diese Kritik? Ich bin vollkommen einverstanden. Es ist ganz einfach. Immer wenn sich etwas viral vermehrt oder sehr populär wird, wird es sofort stark vereinfacht und soweit verzerrt, bis es nicht mehr erkennbar ist. Achtsamkeit ist eine der tiefsten, schönsten und ethischsten Lehren, die die Menschen je hervorgebracht haben. Es wäre eine Tragödie, wenn die kapitalistische, eine Art materialistische Perspektive darauf diese zerstören würde, bevor sie wirklich erblühen konnte. Achtsamkeit hat eine ethische Basis. Es geht darum, Wohlbefinden zu optimieren und Leid zu minimieren. In der Medizin, beim Hippokratischen Eid, ist das Erste, keinen Schaden anzurichten. Wie können Sie überhaupt wissen, ob Sie Schaden anrichten, ohne Achtsamkeit? Aussagen wie, es wird vom Militär benutzt, es wird von Unternehmen benutzt, dass die Unternehmen es ausnützen und all das, das ist in gewissem Sinn das Risiko und der Preis des Erfolgs. Sie können nicht erfolgreich sein, ohne dass alle es haben wollen. Und dann werden viele Leute versuchen, es für sich zu nutzen, den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Aber Achtsamkeit ist so mächtig, dass ich davon überzeugt bin, dass es schliesslich ein gutes Ende haben wird. Die Leute langweilen sich sehr schnell, wenn sie Achtsamkeit nicht tiefgründig erfahren. Und was die Transformation der Gesellschaft anbelangt, vor drei oder vier Monaten hat das Parlament in Grossbritannien einen parteiübergreifenden Bericht herausgegeben, mit dem Titel A Mindful Nation UK. Darin werden viel mehr Mittel und Programme für Achtsamkeit verlangt, in vier Bereichen der britischen Gesellschaft. Bildung, Gesundheitswesen, Strafrecht und Technologieentwicklung. So etwas hat es auf diesem Planeten bisher noch nie gegeben, dass ein Regierungsgremium einen Report herausgegeben hat, um die Bedeutung von Achtsamkeit nach Druck zu verleihen. Das sei es in die Importance of Mindfulness. Dennoch ist es so, im Film die neue Achtsamkeit, der gerade vorhin gezeigt wurde und den man auch online noch sehen kann, da sagt ein Manager von SAP, eine Firma, in der Mindfulness-Kurse umsonst angeboten werden, über Mittag für die Mitarbeitenden, sagt, selbstverständlich machen wir das eigentlich aus dem Grund der Effizienzsteigerung für unsere Firma. Man hat also so ein bisschen den Eindruck eines trojanischen Pferdes, das eingebracht wird in Firmen und SAP und SAP ist ja nicht alleine, also Ford, Monsanto, Walt Disney, Google, alles Firmen, die solche Kurse, Mindfulness-Kurse anbieten. Schmerzt Sie das auch oder sagen Sie weiterhin einfach, das ist sozusagen die Kehrseite des Erfolges? Ich bin, glaube ich, einfach noch nicht ganz sicher, dass das tatsächlich seinen Weg dann finden wird. Es müsste ja schlussendlich auch das Management verändern. Ich bin dankbar, dass Sie in diesem Punkt nachhaken. In gewisser Weise ist es für mich schmerzhaft. Was speziell diese SAP-Sache betrifft, ehrlich gesagt, ist das noch nicht zu mir durchgedrungen, da es ja ein Schweizer Fernsehprogramm war. Ich kenne einige der Leute, die bei Google Achtsamkeit unterrichten. Sie sind fantastisch. Ich kenne Leute, die bei Twitter Mindfulness unterrichten und in einigen weiteren Firmen im Silicon Valley und bei Ford und so weiter. Schauen Sie, wenn Sie sich mit dem Kapitalismus einlassen, was wir aus meiner Sicht tun, dann lassen wir uns auf die Kampfsportart Aikido ein, achtsames Aikido. Die Kapitalisten glauben vielleicht, sie würden Achtsamkeit nutzen, damit die Belegschaft schneller arbeitet oder härter oder für weniger Geld effizienter und weniger gestresst ist. Aber sie verstehen das Machtpotenzial der Achtsamkeit, die Realität ihrer Organisationen zu verändern, nicht wirklich. Ich bin da nicht blauäugig optimistisch, habe aber doch das Gefühl, dass hier ein möglicher Gesundungsprozess im Gang ist, sodass, sogar wenn gewisse Leute Achtsamkeit ausnützen oder sie für ihre eigenen Zwecke verwenden, alles in allem ist die Prognose zum heutigen Zeitpunkt eher positiv als negativ. Was nebenbei, Sie mögen sagen, weshalb gehen Sie nach Davos, weshalb gehen Sie ans World Economic Forum und sprechen zu den Herren der Welt und unterrichten diese im Meditieren? Die Antwort ist aus dem gleichen Grund. Sie pflanzen Samen und Sie wissen nicht, wo diese Wurzeln fassen werden. Aber aus einer buddhistischen Perspektive kann man sagen, alle Menschen sind in ihrer wahrsten Natur Buddhisten. In einem gewissen Sinn sind sie bereits erleuchtet, was immer das heisst. Wir versuchen nun dies als eine Art ersten Anstoss für Veränderung und Heilung zu kultivieren. Das könnte sogar die Veränderung des Kapitalismus einschliessen. Dieser dürfte die nächsten zwei, dreihundert Jahre nicht überleben, vielleicht nicht einmal die nächsten 50 Jahre, angesichts all dessen, was sich in der Technologie tut, inklusive Energieverbrauch. Meditieren Sie mit den Managern nur in Ihren Kursen oder besprechen Sie mit denen auch Dinge und kritisieren Sie sie allenfalls auch? Meist praktizieren wir miteinander, denn wenn wir nur darüber reden, ist es bloßes Gerede, bloß Philosophie. Es ist nur konzeptionell. Die Praxis ist nicht nur konzeptionell, es ist das Entwickeln von Bewusstsein. Das Bewusstsein muss man nicht erlangen, weil es Teil von ihnen ist. Aber wir trainieren die Muskeln nicht, also wissen wir oft nicht, wie wir dahin kommen. Dazu kommt das ganze Thema der Eigeninteressen. Wenn Sie den Gewinn für sich selber maximieren wollen und dies im Rahmen von Achtsamkeit tun, erkennen Sie möglicherweise, dass Sie diese Selbstsucht in Richtung Unzufriedenheit führt und mehr Schaden bewirkt als Gutes. Übrigens, jetzt, da wir genügend Wissen über die globale Erwärmung und was mit der Umwelt geschieht, man könnte auch das eine Form von Achtsamkeit nennen. Wir wissen genug, um zu wissen, dass menschliche Aktivitäten, die menschliche Industrie, wenn Sie so wollen, tatsächlich das Leben auf diesem Planeten bedrohen. Wie wir darauf reagieren, wird zum Massstab für unsere verborgene genetische Intelligenz. Und ich glaube, wir sehen Menschen und Nationen, die sich gegen die Ursachen erheben, die zur Aufheizung des Planeten führen, damit wir nicht all die Gletscher verlieren, Antarktika und alles andere. Das ist genauso Achtsamkeit wie da zu sitzen und ein- und auszuatmen. Vielleicht bin ich nicht ganz so positiv in der Einschätzung dessen, was wir wirklich zu verändern bereit sind. Gut. Ja, gut. Mir gefällt, dass Sie dagegenhalten. Denn sehen Sie, wir sprechen über die Umsetzbarkeit von Dingen. Aber von einem bestimmten Standpunkt, wenn Sie glauben, ich sei zu optimistisch, hätte ich Ihnen 1970 gesagt, dass Meditation und Yoga Eingang in die Schulmedizin finden würden, bis zum Punkt, wo es im Denken der Leute tatsächlich eine Revolution hervorbrachte bezüglich Mensch und Krankheit, speziell chronische Krankheiten, Gesundheit, Wohlbefinden, Langlebigkeit und so weiter. Sie hätten gesagt, dass ich nicht bei Sinnen sei. Hätte ich Ihnen gesagt, dass die nationalen Gesundheitsbehörden wissenschaftliche Forschung über Meditation und insbesondere Achtsamkeit mit Beträgen von Hunderttausenden und Millionen von Dollars finanzieren würden, hätten Sie gesagt, Sie sind verrückt. Das alles ist in den letzten 36 Jahren Wirklichkeit geworden. Es gibt keinen Grund, weshalb ich möglichst pessimistisch statt möglichst optimistisch sein sollte. Lassen Sie mich zurückkommen zum achtsamen Leben, zu Ihrem Alltag, zu dem, was Sie empfehlen. Es geht ja eben nicht darum, wie Sie schon gesagt haben, in Bezug auf die Frage, ob Sie im Flugzeug schon meditiert haben, nur eine Meditation zu machen und dann wieder durchs Leben zu rennen, bis man am Abend wieder meditiert, sondern es geht darum, diese Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Sie sagen, man kann achtsam duschen, achtsam abwaschen, achtsam die Schuhe binden, achtsame Kinder erziehen und so weiter. Ich frage mich, wie können Sie, John Kavazin, so erfolgreich sein, wenn Sie gleichzeitig so achtsam leben, weil das braucht ja unglaublich viel, sage ich jetzt mal, Langsamkeit. Ja, und was passiert mit dem Ehrgeiz, weiterzukommen, erfolgreich zu sein und so weiter? Sie wissen schon, was Journalisten so fragen. Nein, das ist gesunder Menschenverstand. Jeder würde eine solche Frage stellen. Ich weiss nicht recht, wie ich antworten soll. Meine Erfahrung ist, dass Menschen wirklich nach tiefstem Wohlbefinden und Zufriedenheit suchen. Deshalb sind wir so gierig. Deshalb versuchen wir immer, einen besseren Platz zu bekommen. Und Thoreau sagt, ja, du wirst einen besseren Platz bekommen in deinem Grab, wenn du tot bist. Und kurz vorher wird dir klar, vielleicht habe ich alles falsch gemacht. Was ich sage ist, stirb jetzt, bring es hinter dich. Dann ist der Rest deines Lebens ein Geschenk. Du kannst deine Kraft, deinen Ehrgeiz, deine Liebe nutzen, um deinen Beitrag an die Welt zu optimieren. Die erste Person, die davon profitiert, bist du selber. Aber du wirst nicht die einzige Person sein, die profitiert, weil du gewissermassen zum Geschenk für die Welt wirst. Dann ist auch die Arbeit, die du verrichtest, sinnvoller. Sie wird andere Menschen begeistern. Wenn ein Leiter in einem Unternehmen Achtsamkeit verkörpert, inspiriert das weitere Leute. Jeder im Unternehmen ist befeuert, länger zu arbeiten. Dann muss der Leiter sagen, arbeitet nicht länger, arbeitet klüger. Ich will, dass ihr nach Hause geht und euch um eure Kinder kümmert und nicht nur bei der Arbeit ein grosser Erfolg seid. Wir brauchen nicht so viel mehr Geld. Was wir brauchen, ist ein grösseres Gleichgewicht der Dinge. Ja, natürlich sind wir finanziell erfolgreich. Das ist aber nicht das ultimative Kennzeichen von Erfolg. Erfolg muss viele Dimensionen haben und wir müssen ein Unternehmen entwickeln, das seine Belegschaft wirklich ernährt. Und wenn wir aber mitten im Alltag sitzen, wir kennen das alle, wir sind an unserem Schreibtisch, wir verlassen den Tisch, sagen wir für eine Stunde, für eine Sitzung, wir kommen zurück, zack, zack, 20 neue E-Mails. Wie gehen Sie damit um? Das ist eine sehr grosse Herausforderung. Eigentlich fragen Sie, was macht die Technologie mit dem aktuellen Moment? Wir sind von einer analogen in eine digitale Welt geraten, wo wir vom Digitalen derart aufgesaugt werden, dass wir vergessen, dass wir immer noch analoge Wesen sind. Niemand hat das E-Mail-Problem gelöst. Für mich ist E-Mail wie ein Wasserfall, wie der Strahl aus dem Feuerwehrschlauch. Man kann nicht auf alles antworten. So schlängele ich mich durch, ich antworte nicht auf E-Mails. Meine Nicht-Antwort ist eine Antwort. Ich antworte mit Achtsamkeit, bewusst nicht. Oder ich nehme mir Zeit. Ich beantworte keine E-Mail auf meinem Telefon. Nie checke ich E-Mails auf meinem Telefon. Wenn ich bereit bin, werde ich mich um mein E-Mail kümmern. Aber ich will nicht, dass es mich davon abhält, auf meine Gegenwart zu achten. Wie gut bin ich darin? Wahrscheinlich nicht sehr gut. Weil ich jeden, mit dem ich in E-Mail-Kontakt bin, gern habe und eine innige Beziehung zu ihm habe. Ich meine damit mehr die Arbeit als die Familie. Es gibt also dieses Blühen der Achtsamkeit, wie Sie gesagt haben. Und ich bin darin stark involviert. Aber zu viel von etwas Gutem ist nicht gut. Auch hier geht es um das Yoga des Gleichgewichts. Jeder von uns muss seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht. Für jeden von uns hat der Tag nur 24 Stunden. Ob mit oder ohne Google, ob Microsoft vorhanden ist oder nicht, ob mit E-Mail oder SMS. Wir müssen neue Wege finden, um unsere Menschlichkeit in einer analogen Form beizubehalten. Am MIT untersucht Cheryl Turkle die Auswirkungen der Technologie auf junge Menschen und einige der Resultate sind absolut schockierend. Es ist also äusserst wichtig, Achtsamkeit zu pflegen, bei der Kinderbetreuung, in der Erziehung. Darüber haben Sie ja auch ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Ihrer Frau Mila, Mindful Parenting. Das scheint Ihnen irgendwie gelungen zu sein. Ihre drei Kinder sind gross geworden und mit dem Sohn gemeinsam geben Sie sogar Meditationskurse mittlerweile. Ja, das stimmt. Und meine beiden Töchter sind Yoga-Lehrerinnen. Ich weiss nicht, wie ich das erklären kann. In einem gewissen Sinn könnte es ansteckend sein, aber es kommt nicht von mir. Sie ahmen mich nicht nach. Sie tun es, weil sie es auf ihre eigene, einmalige Art tun können. Ich versuche, mich da so weit als möglich auszuhalten. Das ist ja etwas, was sich auch durch Ihr Leben zieht. Sie sind nicht gern eine Person mit Autorität. Sie haben schon im Krankenhaus nie gern einen weissen Kittel getragen, weil sie sich gerne auf die Ebene der Patienten begeben wollten. Aber jetzt sind Sie für viele Leute fast ein Huhu. Autorität ist ein sehr interessanter Begriff. In der deutschsprachigen Welt meint Autorität viel Gewicht, hohes Ansehen. Aber auf Englisch ist der Begriff Autorität mit Autor und mit Authentizität verbunden. Es geht nicht darum, Autorität vorzutäuschen. Die tiefste Autorität ist im gewissen Sinn, der Autor seines eigenen Lebens zu sein. Das geht nur, wenn Sie achtsam sind. Sie können das nur, wenn Sie wach sind. Dann ist das, was andere Leute von Ihnen wahrnehmen oder auf Sie projizieren, worin Sie sich nicht verfangen sollten, das ist eine bestimmte Art von Authentizität. Die Leute kommen und sagen, Sie sind so echt, so echt. Und ich bitte. Das zeigt, wenn jemand wirklich präsent ist, hat man das gern. Der Dalai Lama wird auf Tibetisch oft Kundun genannt. Kundun bedeutet Präsenz. Wenn Sie mit dem Dalai Lama zusammen sind und Sie ihn sehr sorgfältig beobachten, er ist ganz hier. Jetzt. Er schaut nicht auf seine Uhr und lässt sich von keinem Gedanken ablenken. Dieses Kultivieren von Aufnahmefähigkeit in der Gegenwart berührt andere Menschen. Weil, wenn ich präsent bin und wir in einer Beziehung zueinander stehen, ist diese anders, wenn ich bereit bin, den Raum mit Wachheit und Herzlichkeit zu versehen. Und das spürt man. Gewissermassen ohne je ein Wort zu sagen, erlaubt das anderen Menschen herauszufinden, ohne mich oder den Dalai Lama oder Mutter Teresa zu kopieren oder irgendjemand anderen, der für sie ein Held ist. Aber herauszufinden, wer sie sind. Und sich dann nicht dem Glauben zu verfangen, dass sie sind, wer sie zu sein glauben. Ihr Narrativ. Ich bin dies, ich bin das, ich bin so deprimiert, so traurig, so ängstlich, dass dieses Narrativ ihr Ich sei. Sie sind so viel mehr als ihr Narrativ. Letztlich hat, wer sie sind, vielleicht mehr mit Wachheit, Bewusstsein, Achtsamkeit, Herzlichkeit zu tun, als mit ihrer Geschichte vom Ich. Jetzt hatten wir ja vorhin darüber gesprochen, wie man sich verhält am Schreibtisch, wenn diese vielen E-Mails kommen. Und Sie haben ein Stück weit eine Antwort gegeben. Gleichzeitig möchte ich zurückfragen, viele von uns sind ja, wie soll ich sagen, nicht so frei wie Sie, ihr Leben zu gestalten. Viele Menschen sind gebunden. Sie müssen vielleicht ihren Lebensunterhalt verdienen, eine Familie ernähren. Und gleichzeitig denke ich auch immer, es ist ein bisschen eine Ausrede zu sagen, ich habe keine Zeit. Sondern das Allermeiste, was wir tun in unserem Leben, ist Präferenzen zum Ausdruck bringen. Möchte ich lieber noch ins Kino? Oder möchte ich lieber ins Yoga? Oder möchte ich lieber mehr schlafen? Eigentlich lauter Entscheidungen, die wir fällen können. Und trotzdem denke ich oft, es ist so unglaublich schwierig, diese Entscheidungen so zu treffen, dass ich am Ende damit zufrieden bin, wenn ich auf lange Sicht auf mein Leben blicke. Man hat oft das Gefühl, das Wesentliche kommt zu kurz. Warum? Warum leben wir so? Das ist eine sehr tiefgründige Frage. Danke dafür. Die Antwort ist, ich weiss es nicht. Ich glaube, es ist einfach eine schlechte Gewohnheit. Weil alle anderen es tun, tue ich es auch. Aber wenn Sie damit aufhören und anfangen zu hinterfragen, wie ich schon gesagt habe, jeder hat gleichermassen 24 Stunden. Wie gehen wir damit um, was den Schlaf angeht, das Essen, die Familie, den Ehrgeiz und wie wir die Arbeit machen? Das müssen wir wirklich steuern. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, so dass wir unser Leben authentisch leben, statt irgendeine Geschichte, wie wir sein sollten. Wenn Sie das tun, scheint der Stress viel kontrollierbarer, weil Sie es steuern können. Und zudem glauben wir irgendwie, dass wir alles im Griff haben, aber wir haben praktisch nichts im Griff. Einen Tag sind Sie gesund und schon am nächsten Tag können Sie eine Diagnose erhalten, die Ihr ganzes Leben verändert. Das erleben Menschen Tag für Tag. Am wichtigsten ist nicht so sehr, was jemandem widerfährt, sondern wie man sich dazu stellt. Dann wird das Leben selber gewissermassen zum Lehrplan. Und dieser Lehrplan wird Sie auf eine Art formen, die sich als Heilung erweist. Es ist nicht immer Freude, es ist nicht immer schön, es ist nicht einfach. Oh, wunderbar, ich bin ein Buddha, kein Problem. Es ist eher wie im Cartoon. Zuerst einmal geschieht nichts, das ist es. Dies ist es. Wenn Sie dies nicht mögen, was lässt Sie glauben, dass der nächste Moment besser sein wird? Doch wenn Sie diesen jetzigen Moment bewältigen, ist die Zukunft bereits anders, weil Sie präsent waren, sich auch dem Unangenehmen gestellt haben, sogar Dinge, mit denen Sie am allerwenigsten zu tun haben wollen, wie eine Krebsdiagnose oder chronische Schmerzen. Sie können diese auf eine Art annehmen, die bewirkt, dass sie sich verändern. Die Wissenschaft zeigt, dass es im Nervensystem Veränderungen gibt, auf der Ebene der Chromosomen und der Telomere und, viel wichtiger, auf der Ebene des Herzens. Und eine hilfreiche Sache, stelle ich mir vor, ist natürlich auch, wenn die Person, die man vielleicht am meisten liebt, mitmacht in dieser ganzen Haltung zum Leben. Haben Sie eigentlich Ihre Frau dazu gebracht, auch zu meditieren? Oder haben Sie sich schon als Meditierende kennengelernt? Ich müsste 24 Std. am Tag meditieren, um mit meiner Frau mitzuhalten, die von Natur aus achtsam ist. Das ist vielleicht die schönste Liebeserklärung, wie man von Ihnen kriegen kann. Ja, und ich will auch sagen, in den fast 50 Jahren, in denen ich nun formell Meditation praktiziert habe, sowohl Sitzmeditation wie andere Formen, bin ich dazu gekommen, dies als Liebesbeziehung zu verstehen. Es ist nicht bloß eine weitere Sache, die ich in meinen Tag hineinzwängen muss, auf meinen Atem achten und entspannt sein. Es ist eine Liebesbeziehung mit dem Leben. Und die einzige Zeit fürs Leben ist in diesem Moment. Wenn wir ihn verpassen, haben wir in diesem Moment unser Leben verpasst. So gesehen ist Meditation ein radikaler Akt des Verstands, ein radikaler Akt der Liebe und ein radikaler Akt der Vernunft. Ich brauche weder meine Frau noch jemand anderen, der mit mir meditiert, um davon zu profitieren. Manchmal meditieren wir in der Tat zusammen, manchmal gehen wir zusammen in einen Retreat, allerdings sehr selten. Aber aus der Perspektive von, wie ich erwähnt habe, Moment zu Moment, wenn wir zusammen essen, zusammen Nachtessen kochen oder was auch immer wir zusammen machen, wenn wir füreinander präsent sind, ohne einander zu zwingen, sich auf eine bestimmte Art zu verhalten, damit ich glücklicher bin, das ist Liebe. Und das ist Achtsamkeit. John Kabat-Zinn, haben wir jetzt ein achtsames Gespräch geführt? Ich glaube, Sie kennen die Antwort schon. Ich füge dem nichts weiteres hinzu. Vielen herzlichen Dank. Wer achtsam ist, erkennt, die Realität setzt sich zusammen aus vielen einzelnen Momenten der Wahrnehmung. Ein bisschen wie eine Collage, eine Technik, die aus der Kunstgeschichte nicht mehr wegzudenken ist und die für die Dadaisten vor 100 Jahren eine prägende Ausdrucksform war. Heute Abend um 23.20 Uhr zeigen wir Ihnen den Film Remix Manifesto, der die Geschichte der Collage nacherzählt. Und wer es spielerisch mag, dem empfehle ich unser Doc-Projekt DadaData. Klicken Sie rein und lassen Sie sich überraschen. Jetzt aber vor allem einen schönen und achtsamen Sonntag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017